Yo Freunde der Sonnenmaskera, wir haben uns wieder Matt und wie man sehen kann, Matt is down. Digga, das Problem ist, das Wetter, ich zeig euch das mal ganz kurz, das Wetter ist unnormal. Digga, zieht euch das mal rein. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann und so. Meine Hood übrigens, Digga, das Wetter ist unnormal. Und da unten war ich grad ne Haare scheiß drauf. Ähm, das Wetter ist unnormal und für alle, die fasten, die wissen, wie es einfach ist, wenn es warm ist. Du hast keine Kraft, nichts. Ich trau mich nicht raus. Ich wollte eigentlich kurz in die Stadt, mir das neue Batman, was heißt neu, ich werde ein Batman kaufen und mein Strichchen nachziehen lassen. Aber, pff, kann's knicken, Digga, guck mal das Wetter an. Ich bin übertrieben down. Ähm, trotzdem dachte ich mir, okay, mach ich ein Video. Ähm, vorgestern oder so konnte ich kein Video, kein Ramadan Video hochladen, weil irgendwie in Hamburg, beziehungsweise Wilhelm Tell, die Anbieter, WLAN war tot. Und deswegen konnte ich kein Video hochladen. Ja, aber jeden Tag, Leute, zwischen 15 und 16 Uhr ist ein Video am Schalter. Also schaltet immer um 15, 16 Uhr ein. I'm bringing sexy back. Und ja, los geht's. Wir haben unsere Mutter hier ausgesperrt. Bisschen Mama ärgern. Guck mal, einfach die Klaussen. Wollen wir sie reinlassen oder nicht? Ich würde lieber nicht. Lieber nicht, ne? Lieber nicht. Wir haben sie ausgesperrt. Wir müssen sehen, geht nicht. Ich bringe sie zu und sagt, komm. Die dreht sich weg. Mach mal auf. Wollen Sie rein, Frau Matan. Frau Matan. Wurden Sie eingesperrt, Frau Matan? Was sagen Sie dazu? Wie, was, was, was halten Sie davon? Äußern Sie sich bitte dazu. Das heißt, Sie darf nicht zufrieden. Ja, Mama, ja. Ja, Mama, ja. Wir sehen uns mal, Leute. Auf einer Piste. Was war denn gestern los, ey? Deutschland gegen Brasilien. 7 zu 1. Deja. Und meine Reaktion war, sind wir jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.